Starke Schmerzen, die durch bestimmte Bewegungen des Daumens ausgelöst werden, können auf eine Arthritis des Sattelgelenks hinweisen. Das häufigste Symptom der Sattelgelenksarthrose ist ein starker Schmerz, der durch starkes Greifen oder Einklemmen ausgelöst wird. Ein weiteres typisches Symptom ist, dass sich das Gelenk aufgrund der Degeneration des Knorpels verformt und die Knochen, aus denen das Sattelgelenk besteht, sich vorwölben können. Es ist wichtig, diese Symptome rechtzeitig zu erkennen und ernst zu nehmen, um eine schmerzfreie und ausreichende Funktion der Hand zu erhalten. Legen Sie den Unterarm in die gebrauchsfertige Orthese. Passen Sie die Orthese mit leichtem Druck an Hand und Handgelenk an und schließen Sie den Ring um den Daumen. Befestigen Sie die Bandage um das Handgelenk, auf dem Handrücken und am Unterarm. Dank der besonderen, innovativen Struktur der Chrysofix Sattelgelenk Orthese mit Aluminiumkern, der den Rahmen der Orthese bildet, bietet sie ausreichende Stabilität und gleichzeitig die Möglichkeit einer präzisen und exakten Anpassung. Weitere Details auf chrisofix.com